Geht nicht, gibt es nicht bei uns beim Steindoktor. Seit über 20 Jahren sind wir der Experte, wenn es um das Thema Reinigung, Sanierung, Schutz und Pflege von Naturstellen geht. Egal welches Problem existiert, wir haben unsere unterschiedlichen Behandlungsmethoden, Arbeitstechniken, Reinigungschemie und können so jedes Problem beheben. Wenn du handwerklich begabt bist, auch schon mal eine Maschine in der Hand hattest, über einen Führerschein verfügst, bist du vielleicht genau unser Mann. Ich freue mich von dir zu hören und deine Bewerbung zu bekommen. Ich melde mich dann bei dir.